Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Astrologie und Partnerschaft und heute geht es um den Merkur. Das ist ja der einzige Planet, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, der persönlichen Planeten. Also bei Partnerschaftshoroskopen schaut man sich ja immer an, wie verstehen sich die Venus, wie verstehen sich die Mars, wie verstehen sich die Merkur, wie verstehen sich die Sonnen, der Mond und so weiter. Also da schaut man ja mehr auf die persönlichen Planeten als auf die Langsamläufer, die Schicksalsplaneten. Das sind so Saturn, Uranus, Pluto, Neptun, also das sind so die Langsamläufer, die weiter von der Erde weg sind. Also auf die schaut man im Partnerhoroskop weniger, sondern mehr auf diese persönlichen Planeten, weil da geht es ja natürlich um deine Energie, um deine männliche Energie, deine weibliche Energie, Mars, Venus, um dein Empfinden, Mond und um deinen Ausdruck mit der Sonne. Und bei Merkur geht es jetzt um ein ganz wichtiges Thema in der Partnerschaft, nämlich um die Kommunikation und um das Denken. Und es gibt kaum, also es ist wirklich einer der größten Spannungsfelder in Beziehungen, wenn Leute unterschiedlich denken und unterschiedlich kommunizieren. Da gibt es irrsinnig viele Bücher darüber, die Sprachen der Liebe und so weiter. Sieben Sprachen der Liebe fällt mir da ein, gutes Buch. Aber über diese Kommunikation, also da gibt es ganz, ganz viele Themen. Und wenn Leute unterschiedlich kommunizieren, und du wirst es gleich sehen, wenn der Merkur in den unterschiedlichen Temperamenten steht, in den unterschiedlichen Zeichen steht, dass man da eine ganz andere Art hat, sich mitzuteilen. Und auch zu denken natürlich. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Was bedeutet denn der Merkur? Wir beginnen wieder beim Widder. Also Merkur in Widder. Da hat man vielleicht eine eher ruppige Art, direkte Art, schnörkellose Art, sich mitzuteilen. Man bufft vielleicht irgendwelche Aussagen sehr klar, sehr direkt rüber, ohne das jetzt irgendwie in Zucker zu umhüllen oder das irgendwie schmackhaft zu machen, sondern sagen, so ist es aus, Punkt, mach das jetzt oder lass es, sonst mache ich es mir selber. Also das ist eigentlich so diese Kommunikation Merkur im Widder. Da ist auch im Denken her, da ist man relativ ungeduldig, man will schnell was erledigt haben, wo man sich denkt, was schwafelst du herum, ich möchte weitermachen. Also das ist eben, Wider ist eher so ungeduld und wirkt dann ruppig. Ist er aber eigentlich gar nicht. Nur der kann sich da nicht anders ausdrücken. Wenn du einen Merkur im Stier hast, dann geht es wahrscheinlich sehr um eher diese erdigen Dinge, wo man kommuniziert und wo man auch nachdenkt drüber. Also über dieses, vielleicht über das Finanzielle, vielleicht was gehen wir jetzt essen. Und auch im Denken geht es dann mehr um diesen Wohlstand im wahrsten Sinne des Wortes, um die Abgrenzung, um den Wohlstand. Und das sind dann eher so diese Gespräche, wo es das beste Schnitzel gibt oder keine Ahnung, bei welchem Bauspar oder welcher Anlage man da vielleicht einen gewissen finanziellen Nutzen daraus ziehen kann. Also das wären so diese klassischen Stiergespräche und Gedanken beim Merkur im Stier. Wenn der Merkur jetzt in den Zwillingen steht, das ist ja sein Heimathaus eigentlich, also eines seiner Heimathäuser, dann geht es natürlich ganz stark um dieses viele Informationen, schnelle Informationen, auch sehr, sehr redegewandte Leute sind das oft. Also die können sehr gut kommunizieren und haben halt auch viele Gedanken. Vielleicht ein bisschen zerstreut, vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber grundsätzlich sehr, sehr schnell so in der Kommunikation drinnen und auch in den Gedanken. Also da ist jemand sehr aufgeweckt und eher ein bisschen unruhiger, aber auch interessiert. Also das wäre ein Neugieriger auch interessiert dran. Ja, bei Merkur im Krebs, da geht es natürlich um die Gefühle. Da wird um die Gefühle, wie fühle ich mich, wie geht es denn dir, wie geht es denn mir, an sowas wird gedacht und über sowas wird sich ausgetauscht. Muss man mögen, kann man mögen, muss man nicht mögen, aber da geht es halt sehr um das eigene, wie fühle ich denn und das drückt man dann aus. Was natürlich gut ist, wenn man es in einen gewissen Rahmen setzt, wenn da nur immer nur um Gefühle geredet wird, naja, irgendwann sollte man den Punkt machen. Bei Merkur in Löwen, also da geht es natürlich, das ist das klassische Brüllen, das ist dieses Ich bin vorne, da will man bewundert werden für etwas, da erzählt man vielleicht auch von seinen Heldentaten her und von dem, wie toll was ist und man möchte da auch natürlich, man hat da vielleicht auch so ein bisschen so Gedanken dahin, wo man sagt, wo stehe ich denn vorne, wie kann ich mich denn brüsten, wo ist denn das Rampenlicht. Also das passt so ein bisschen zu Löwe Merkur rein. Da ist jemand großzügig auch mit Löwe Merkur, da will aber jemand auch eben dieses Leben, dieses Hier und Jetzt, diesen Moment, dass man sehr im Hier und Jetzt noch kann, weniger mit der Zukunft anfangen. Und da sind wir dann schon wieder bei der Jungfrau und Merkur in Jungfrau, da ist man jemand, der natürlich Zukunftsgedanken hat, vielleicht auch Zukunftsängste hat, vorsorgen möchte, da redet man über Pläne, über Praktischheiten, da schaut man, dass man sich austauscht eben über realistische Ziele. Das ist jetzt nicht nur so im Hier und Jetzt Leben und sofort wie der Löwe, sondern es sind realistische Ziele. Haushaltsbuch, Haushaltsgespräche, also sowas stünde da bei Merkur in der Jungfrau an der Tagesordnung. Bei Merkur in der Waage, da geht es um Kunst, da geht es um Ästhetik, da geht es um Einrichtung, um Make-up, um wie schaue ich denn aus. Also da drehen sich viele Gedanken auch um dieses, natürlich dieses Wie komme ich denn rüber und wer ist schön, wer ist fesch, das ist auch so ein bisschen so Gossip von so High-Hochglanz-Magazinen, würde ich jetzt mal sagen, also von diesem, ja wie geht es denn da, der Royal und was tut sich da, also das wäre so eine Mischungsenergie. Ja, also da geht es auf jeden Fall darum, dass man sagt, okay, da soll etwas schön sein, das soll etwas ästhetisch sein und über sowas redet man dann gerne, wie über den, keine Ahnung, Ikea-Katalog oder Kicker-Katalog, sowas in die Richtung würde da auch ganz gut passen oder einen Ausstellungskatalog natürlich. Bei Merkur in Skorpion, ich sage immer Pluto, Merkur in Skorpion, da geht es dann, also da hat man, da geht es um sehr fixe Vorstellungen und fixe Gedanken, also da geht es auch darum, dass ich meine Vorstellungen, meine Gedanken auch mitteilen möchte und da bin ich oft zu engstirnig, also da so Merk, Pluto, Merkur sind oft sehr, sehr, sehr verspannt engstirnig, die haben jetzt nicht diesen weiten Blick, sondern die haben eher so dieses, dieses so muss es sein und so eine gewisse Vorstellung und da geht es auch darum, also darum, dass man sich diese Vorstellung auch nicht, also nicht jemanden drauf drückt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Partnerin soll ausschauen wie die Barbie-Puppe und ich sage, du musst jetzt die Haare blond färben und da, keine Ahnung, zehn Kilo abnehmen und nur mehr rosarot tragen, vor sowas muss man da aufpassen, also Merkur, Pluto ist oft sehr, ja, also sehr bestimmend dann auch. Wenn der Merkur im Schützen steht, geht es natürlich um den Austausch und um die Gedanken, Spiritualität, Philosophie, Reisen, da fühlt man sich dann wohl, da möchte man beweglich sein, man möchte weitere Reisen machen, Reisen im Geiste sowie auch in der Realität. Also da ist man natürlich sehr reisefreudiger, wo man wirklich sagt, okay, da möchte ich mich auch bewegen. Der Merkur im Steinbock, da geht es dann darum, da geht es darum, so vom Arbeitstechnischen, also da ist jemand, der sich sehr sachlich ausdrücken kann, da ist auch jemand, dem es auch wichtig ist, also sehr fair, sehr klar zu kommunizieren, sehr nüchtern zu kommunizieren. Also da geht es nicht um die Gefühle, ganz wichtig, also da geht es nicht um die persönlichen Gefühle, sondern da geht es um eine Sachlage, um das Objektive und vielleicht auch so ein bisschen um Prinzipien, also nicht ums Prinzipien reiten, sondern einfach um Dinge, die Leute einfach gleichstellen, gleich machen. Also ich denke, das ist so, diesem Steinbock und Merkur, das ist eher jemand, der nüchterner ist, also der da eher recht klar und nüchtern kommuniziert und nicht allzu blumig. Das kann dann natürlich bei jemandem, der sagt, jetzt red mal über deine Gefühle, ein bisschen schwierig sein. Wenn ein Merkur im Wassermann steht, dann hat man den Kopf voller Ideen, hat jeden Tag neue Anschauungen und wechselt sich immer, da wird es nie fad. Also da ist man mit einer Künstlerin, mit einer Künstlerseele zusammen, mit einer inspirierten Seele zusammen und da geht es eigentlich nur darum, dass man nicht zu verwirrt redet, also Wassermänner haben oft das Gefühl, zu holprig und sehr schnell zu kommunizieren, Sachen auszulassen und auch herumzuspringen in ihrer Kommunikation, weil die einfach so viel offen sind und da viel reinkriegen. Also das ist so, dieses Gefühl so, wo sind wir jetzt im Gespräch? Also dass man so einem Wassermann Merkur folgen kann, das ist oft einmal ein bisschen herausfordernd und spannend. Ja, und letzten Endes der Merkur in Fisch, das ist jemand, der drückt sich nicht sehr klar aus. Also das ist so ein bisschen so, es passt schon alles, es ist alles gut, aber so diese Klarheit, diese Brillanz, dieses auf dem Punkt Sitzende, das geht mir da ein bisschen ab, oft einmal. Kann auch ein bisschen verträumt sein, kann auch sein, dass diese Personen etwas zu Lügen neigen und aus dem Grund nicht, weil die jetzt verlogen generell sind, sondern weil die einfach die Wirklichkeit anders wahrnehmen und dann so glauben, das ist so passiert. Also das ist so Merkur im Fischezeichen. Und das ist so die Art zu kommunizieren. Also so hätten wir mal den Merkur auch im Tierkreis kennengelernt. Ja, wo steht dein Merkur? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Und nochmal, um es genauer deuten zu können, muss man sich natürlich immer die Häuser auch dazu anschauen, aber es gibt mal so einen Überblick und ja, also da hätten wir jetzt mal so alle persönlichen Planeten durch. Und falls dich ein astrologisches Thema interessiert, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bearbeite das gerne mal, arbeite das auch gerne auf und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo am Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020